Von der Konstellation natürlich ein interessantes Spiel, sonst aber ein normales wie jedes andere. Wir haben ein Heimspiel. Wir wollen jetzt versuchen, nach zwei Unentschieden zu Hause das Spiel mal wieder mit drei Punkten zu gestalten. Wir bereiten uns vor wie auf jedes andere Spiel. Wir wissen, dass die Zuschauer wieder auf unserer Seite sind. Von daher ist die Vorfreude groß, aber letztendlich ein Spiel wie jedes andere. Wie gesagt, wir haben gegen 60 unser wahrscheinlich schlechtes Spiel dieses Jahr gemacht. Trotzdem hätten wir noch gewinnen müssen. Das zeigt einfach, dass wir auch, wenn wir nicht gut spielen, immer noch die Möglichkeit haben, die Spiele positiv zu gestalten. Lautern ist ein Gegner, der lange Zeit oben mitspielen wird um den Aufstieg. Von daher ist es absolut okay, gegen den Punkt zu holen. Aber klar, zu Hause wollen wir drei Punkte holen. Wir haben jetzt mit Union einen Gegner, der mit uns punktgleich oben dran ist. Von daher ist es für uns wichtig, in Dreier zu landen, für die Leute hier in der Stadt. Und dann geht es weiter. Ich freue mich auf jedes Spiel. Wie gesagt, seitdem ich da bin, gut gepunktet. Das ist das Wichtigste für Platz 1. Und letztendlich bin ich genauso ein Mitglied wie der andere in der Truppe. Da muss sich jeder dem Ziel unterordnen. Und das mache ich so genau wie jeder andere. Von daher sind wir momentan auch so gut drauf. Das willst du sagen, wir sind auf Platz 1. Wir haben noch kein Spiel verloren. Und da sieht jeder 1 natürlich auch gut aus. Natürlich kann ich noch wie gegen 60, wo ich kein gutes Spiel gezeigt habe. Das weiß ich selbst. Dafür bin ich lange genug dabei, um das einschätzen zu können. Aber das eine oder andere Spiel war schon gut. Und ich bin auf einem richtig guten Weg. Und ja, wie gesagt, man darf nicht vergessen, ich habe vorher lange Zeit nie gespielt. Und von daher finde ich jetzt noch nach und nach meinen Rhythmus wieder. Ich oder Marcel denke ich. Wir haben ja mit dem Aluminiumtreffer beide Pech gehabt. Das Komfort-Turnier hat auch leider verschossen. Aber ich denke, dass ich da oder Marcel dann anlaufen werde wieder. Aber wir haben ja jetzt jetzt das, was ich das angezeigt habe. Ich bitte. Ich bitte. Ich bitte. Du bist.